Musik 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 Der Musikverein Wald am Schoberpass hat zur MobiNight geladen. Weit über 300 Musikbegeisterte kamen und erlebten klangvolle Stunden mit anspruchsvoller Filmmusik. Dargeboten von Musikverein Wald am Schoberpass. Musik 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 Ja, wir sind da heute im Wald am Schoberpass beim Musikverein. Wald am Schoberpass bringt heute MobiNight. Wie sind Sie auf das gekommen? Musik Wir haben vor drei Jahren das erste Mal diese MobiNight probiert zu machen. Wir sind mittlerweile jetzt beim zweiten Mal, haben 350 Besucher und sind irrsinnig stolz auf diese Veranstaltung heute, dass das so gelungen ist. Und werden natürlich die nächsten drei Jahre, also 2022, werden wir die nächste MobiWelt wieder durchstarten. Was ist das Besondere, gerade MobiNight? Das Spannende ist glaube ich an der MobiNight, dass man mal sieht, dass man mit Blasmusik auch eine andere Musik spielen kann, weil man ist ja Walzer, Bolker, Marsch gewohnt von der Blasmusik und da machen wir eigentlich Orchesterstimmung und spielen viel Musik vom Feinsten und das ist genau der Kick, den man aus dem Instrumenten rausholen kann. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018